Wir sind die NSB. Wir haben in unserer Klasse sechs Behälter Müll. Glas in den Glasmüll. Metall in den Metallmüll. Und Plastik in den Plastikmüll. Bioabfälle wie Gurken oder Kaffeesatz gehören in den Biomüll. Papier schmeißen wir in den Papierkimmel. Wir sind Mülldetektive. Wir wissen genau, wo was hingehört. Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020